I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. Wir kommen zum letzten Thema in HR4 Nordosthessen. Gleich ist es 16 Uhr und 53 Minuten. Die Evangelische Kirche im beschaulichen Kreinfeld im Vogelsberg, sie wird nächstes Jahr 1000 Jahre alt. Pfarrer Sascha Heiligenthal, er hatte zum Jubiläum auch eine Idee. 1000 Bilder wollte er von seiner Kirche machen und sie im Internet veröffentlichen. Doch schon nach rund 200 Fotos fällt ihm die Suche nach neuen Motiven immer schwerer. Der Plan droht zu scheitern. Nun sollen auch die Gemeinde und Besucher zur Kamera greifen. Rainer Linden über den Hilferuf des Fotopfarrers. Die Kirche von vorne, die Kirche von hinten, die Kirche morgens, die Kirche abends. Pfarrer Sascha Heiligenthal mag sie wirklich seine Kirche, die Evangelische Kirche in Kreinfeld. Wegen ihrer nach oben hin spitz zulaufenden Form wird sie auch der Vogelsberger Bleistift genannt. Und dieser Bleistift wird im kommenden Jahr 1000 Jahre alt. Zeit für eine außergewöhnliche Dokumentation, dachte sich Pfarrer Heiligenthal. Das Ziel ist, und ich merke so im Verlauf jeden Tages, wie hochgesteckt das ist, dass wir für 1000 Jahre eben 1000 Bilder finden. Und zwar neue, frische Bilder, keine historischen Aufnahmen. Kaum war die Idee geboren, war Pfarrer Heiligenthal fortan, von früh bis spät in und um seiner Kirche unterwegs. Es wird jetzt so langsam schwer. Also ich ertappte mich dann dabei, dass ich unter der Kirchenbank rumgekrochen bin, um noch versucht habe, irgendwelche Holzwürmer zu finden, um neue Motive zu finden. Und ich merke jetzt täglich, wie man doch an seine Grenzen stößt, obwohl unsere Kirche natürlich sehr detailreich ist. 10.000 Bilder, trotzdem 10.000 verschiedene Bilder und schöne Bilder, trotzdem eine ganze, ganze Menge. Jeden Tag seit Mitte Juli hat der technikbegeisterte Gottesmann ein paar neue Fotos auf eine Internetseite hochgeladen. Bislang 214. Aber so langsam drohen ihm die frischen Motive auszugehen, auch wenn er durch die Aktion überraschende Entdeckungen machte. Die Bilder sollen überraschen und sollen den Blick neu auf unsere Kirche lenken. Ich selber habe Ecken entdeckt, Figuren entdeckt, die ich in fünf Jahren Dienst hier noch nie bewusst gesehen habe. Jedoch selbst gestandene Entdecker wie Christoph Kolumbus dürften an der Aufgabe, 1.000 neue Motive von immer derselben Kirche zu entdecken, schier verzweifeln. Hilfe erhofft sich Pfarrer Heiligenthal nun von Gemeindemitgliedern und Besuchern. Indem sie ihre Fotokameras aktivieren, rausholen, entstauben und sich auf Motivsuche machen. Unsere Kirche ablichten, vielleicht von Ferne, vielleicht von anderen Ortschaften, sie ist ja weit in der Region sichtbar. Oder auch einfach, wenn sie im Gottesdienst oder unter der Woche drin sind, durch unsere Kirche schlendern und schauen, was sie Tolles, was sie Ablichtenswertes entdecken, ein Foto machen und uns einfach dann mailen. Die Bilder werden dann von Pfarrer Heiligenthal gesichtet und dann auf der Internetseite der Kirchengemeinde veröffentlicht. Dennoch hat Sascha Heiligenthal die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er bis zum Juni nächsten Jahres, wenn die Kreinfelder Kirche 1.000 Jahre alt wird, wirklich im Internet 1.000 frische Fotos vom Vogelsberger Bleistift zeigen kann. Wer mithelfen möchte oder sich die Bilder einfach nur anschauen möchte, einfach klicken auf kirche-kreinfeld.de.